hallo und willkommen zu unserem neuen video diesmal geht es wieder um eine systemkamera und zwar testen wir diesmal die canon g7x vermutlich stabilisiert die das auch nicht so gut wir werden sehen und wir wollen einfach so ein paar detailaufnahmen machen also es wird kein komplettes video von der abfahrt werden sondern einfach so ein paar ausschnitte und schauen ob man da ein paar gute details machen kann du stört warum was mache ich wackeln und pusten ach so das magst du doch so gern mal auf einen stärker pedal aufgesetzt und weiter geht's auch und auch 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 Das war's. Ja! Boah! Ja, der war gut. Du hast fast auf meinen Rengstamm rum. So schön, oder? Ja! Woohoo! Woohoo! Woah! Ja! 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 Weiter. 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 Wirklich haben hier. Oh, ho, ho. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. That one is done. Boah, ah ja, geht gut. Ja, geht gut.